die es kann er kann aufhören hallo aber auch den Scheiß ich musste den Part speichern Oktober so weitergehen so weitergeht Leute und wir gehen jetzt in die Arena erst mal kam jetzt Bodycheck und hoffen so ich hab mir jetzt einen Sklaven gefangen er hat sich einen Sklaven gefangen Leute er hat den Sklaven es ist nur ein Klo Fenster ach so er hat nicht den Sklaven Klo Fenster kann auch stark sein also noch ein Bodycheck und nicht hinter dem Sieg Bodycheck macht so viel bei dir ja genau so ich gehe da jetzt auch mal in die Arena und guck mal wie stark die Gegner dort drin sind stark Leute stark sehr stark ich bin stark ja glaube ich auch gegen die Arena Leiter ist so wichtig genau die Arena Leiter der hatten Reitschuhe genau deswegen alle 21 Pläne 27 und 20 und er wurde sich fast um mein Gott und das machen Trainer Böhm in der noch nicht mal Arena ja okay schluck ist dauernd Nein Bodycheck ging daneben egal ich pack die Erinnerung ich pack die Erinnerung bei ersten Mal ich hab zu stehen oh ich war gerade in Skype folge spammt dich nicht oh ein Pikachu das ist auch hart Pikachu das ist auch hart ich mache die Statik nicht Fick dich genau wie das sagt die Statik Statik du bist Knast Statik oh ja ich weiß dass ich paralysiert bin oh wie so ist dies wie schnell halbzig freundlich junge der zweite Gegner dauernd hat noch minimalen Schaden genommen Hust-Hust und einfach zwei Pokémon sind tot ich kann nach denen kann ich mir schon da mein neues Pokémon fangen was ist denn das nochmal ich muss mal gucken was mein Zettel das mein Zettel äh ach ja genau das ist es was ist denn sag ich noch nicht na scheiß ich dachte mir seit sie zu uns wie du ich kann sagen was dein nächstes Pokémon ist weiß ich eh schon jeder ja so der letzte Gegner hier hat nur ein Pokémon und zwar ein Pikachu Mega Kick oh Donnerwelle Fick dich paralysiert Junge oh ich hab Pikachu gewonnen ja ja besiegt habt ihr den zweiten Wurm ja ich hab gleich den dritten nein 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 ha 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 hast du Bodyjack gemacht und du bist auch gestorben ja hast du jetzt in Ohren gekriegt oder nicht nein oh mein Gott du Opfer oh das wollte ich nicht sagen oh ich werd so gegen den Arenaleiter abscheißen hier einfach dieses scheiß Schalterrätsel hier lösen nicht ach habe ich zufrieden ich habe keinen streams nicht oder ich habe seit dem es fällt über Material es ist auch ein Team wo Achina der Major Bob drei Pokémon er fängt ein Volto Ball an Megakick gewonnen hittet Oh Junge ich werde uns Skype gerade so voll gespammt der Mitkarte auch gewonnen hat er gerade noch ein Reitschuh welches Level 24 Oh mein Gott ist das niedrig mit viel über den ich treffe die Omer der Schreiber der ganze Zeit an Junge ich hab dritten Orden nur mit Schillock Junge wie geil ich hasse nicht ich dachte ich viel schwerer Junge oh wie geil ich freue mich gerade richtig ich habe mich nicht gelassen Oh ich freue mich gerade richtig Junge Oh yes Oh das finde ich ehrlich ist gerade echt richtig sozial Oh wie geil Junge Sieh das mal eine Runde Ente und trainiert oder nee Schillock erst mal Junge ey ich pausier kurz bis gleich wieder da muss mich noch beschäftigt stellen weil wir in der meisten Konferenz waren wo er noch nicht bei jemandem raus kann ja genau deswegen so ich muss zurück nach Azurias warte ich mache noch immer schnell was anderes ich hole mir das Fahrrad äh hast du es geschafft so hier ich mir den Fahrrad Coupon so ne Rad Coupon Verzeihung ach warte mal wo kann ich mein nächstes Pokémon fangen auf Route 9 ähm nein hä ich hab mir gar keine Karte geholt scheiße muss ich mir im Pokémon Center gucken Route 9 ach das ja rechts von Azurias City meine ich ja ok da wartet mein nächstes Pokémon ok so nie dann hole ich mir mal eben ähm Dingens ein Fahrrad ein Fahrrad aber wenn wir nicht einmal daneben gehen ganz ehrlich das kotzt mich an so Fahrrad select ich bin die ganze Aufgabe schon dabei den Arena weiter zu machen und hast du es geschafft nein oh Klappe so hier lang muss ich jetzt und darf nicht lachen sonst Boxen du mich gleich Boxen ist gar kein Ausdruck zartstreicheln zartstreicheln ist gar kein Ausdruck Ohr Myra Platt du Knast Nazi Knuffenser so ich habe jetzt mal den Pokémon mein ja Sklau ach so Miraklaas Hermanns Knofen sachen Orschlag erreicht Level 29 ähm dann tue ich mal eben Anton nach vorne Anton ist doch eh hier der geilste Ohr Aero ausgefunden Junge Ah mach Rollo Perfektor Konfusion wanted yeah na was kommt jetzt ein Onyx das packen wir doch auch das macht mir mit einem Schlag down wer ich nein mit zwei weil er noch keine gute Wasser Tocke kann ich kann die zwar Abba Aquawelle beibringen aber ich möchte noch ein bisschen warten jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher bin wenn ich das beibringe Oh Focano Konfusion Oh das bringt ja wenig Egal Quaporti Aqua Knarre Duck Tod Ja Glumanda Wo denn arbeiten Okay da ist Gras Achso Oh ein Bibor Junge Knast Bibor Oh wanted 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 gegen Bibor Junge die Klausel Scherler sind Wieso ist das verdickte verdickte Sterni das ist schneller als ich ganz im Ernst Oh wie schlecht Bibor nicht ist Junge Jugo das ist der schlechteste Pokémon Ne Kappel was der schlechteste Katscha Okay hier ist Gras und kommt es kommt es Ja da ist es Tentara Ey Tentara voll stark Junge Ich weiß und ich habe einen Volltreffer gemacht und es getötet Ja Egal da kommt gleich noch eins Oh dieser männliche so viel geiler Junge Wolltest du schon wieder ins Gepern geschrieben Joa stehen ein paar Zahlen und bei mir bei Skype beschäftigt Okay ich versuche es einfach zu fangen aus der Tache jetzt Blubstrahl ein das Gutes kann schon mal eine Wasserattacke Ähm Beutel Ähm wo sind meine Pukkewelle ich mach mal einen Superball Guck mal was bleibt drinne Oh ja und es ist drinne gelieben Tentara viertes Teammitglied Level 25 ist jetzt ein bisschen unterlevelt scheiße Ich dachte das passt aber 3 Level unter Naja es geht noch Ich gucke gleich mal was für Attacken das drauf hat Alter 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 Einer hat so mal noch und ich hätte Sterne gehabt und dann setzt er topgenäsend ein Haha Ganz ehrlich das Spiel will mich so langsam verarschen Und das ist echt nicht mehr lustig Blubstrahl und Säure Schon seit 10 Jahren seit 11 Jahren versuche ich mich an diesem Trainer Haha Ich bin jetzt Aquavelle ähm ein Tag dabei gegen Umklammerung Hörner 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 und er hat eine Erore Hörner Ja Junge voll heftig die Flügelattacke Fliegen der Entschicht hat der Entgönig fliegen doch wegen okay letztes Team Mitglied wird bald noch gefangen irgendwann nach den nächsten Orten glaube ich und die Klinik natürlich nicht so jetzt weiß ich das so gut und Tentara bis sie mal ein schweiß perfekter Markt ich brauche ein Supertrank und Tentara haut gleich geil rein das gute Tentara entwickelt sich auf Level 30 das heißt wir gleich schon ein Tentaxa und das übelstark um ja das stimmt auch die Säure wenn ich viel scheiß ich habe auch wieder an den Pflanzenbogen und der so Leute jetzt versuche ich noch mal und danach ist der Aufnahme vorbei ich habe niemand draußen Teller hinstellt ich habe noch was zu essen ich habe vielleicht ich kann ihn noch drei Minuten aufnehmen und danach ich denke ich mache noch eine Aufnahme weil das Spiel richtig Box und Mono Teil und das macht geil also nicht geil aber es ist cool ja ich nehmen auch noch heute ein paar Videos auf und wie findest du das dass ich so eine ROM gemacht habe ist auch geil oder? Richtig geil ja natürlich Bosschick geht daneben wenn du willst kann ich gerne auch irgendwann noch mal eine machen aber auch von Pukenman Rubin oder Safi oder so aber wenn er am besten keine DS-Kontverdauer weil ich wie das geht ich habe das nur advanced also Feuerrot, Blatt, Grün Rubin, Safi, Smaragd und so machen dann würde ich auch probieren ja mach ich später wie soll es beim nächsten Mal wo ich diesen Arenaleiter schaffen werde? hoffen wir es ich habe eine Strategie hoffen wir es bei dem nächsten Fall bye hoffen wir es ja hoffen wir es nicht also ich nehme noch eben eine Minute auf ich bin noch eben äh weiterkommen also nicht weiterkommen aber eben und um die nächste Stadt oder nicht so gut oder blablabla Kleinstein, Aquarelle, Down aber den Tag hast du schon stark ne ja, das ist richtig stark so ich hab 5 Fahrt schon von Pokémon Oh, Geowurf hat mich nicht gilt warte ich hoffe nicht bis zu das Nächsten nehmen wir noch hier noch mehr auf weil sie nicht mal sehen so ich bin dabei weg jo, tschüss bis dann oh, endlich ist er weg Junge ich hab fast das Kotzen gekriegt bei Luke mein Spaß oh, Zahltag ah, ihr einsicht ist das Pokémon geil waren hier noch ein paar Trainer drinne? äh, nein ach, jetzt sind wir gleich hier beim Fels-Tunnel ach, das ist doch jetzt assig Junge ich hasse den Fels-Tunnel warte, nur Fenster kann Blitze ich geh mir Blitze eben holen aber wo gab's denn das nochmal? scheiße ohne Blitz geh ich da nicht rein, ganz ehrlich warte, das gab's irgendwo in so einer Penner-Ecke Tenterals-Mole das mach ich jetzt noch eben doch, wenn ich jetzt nicht sicher bin, wo es war ich guck euch auf dieser Fels nach, ey ohne Blitz geh ich da eigentlich nicht rein ich schwör's euch war das nicht? ey, ich weiß ja nicht scheiße echt unsicher ich weiß noch, ich konnte es kriegen oh, Quapsel, du Knastkind, ey oh, was fluchtunmöglich, Junge ey, das Ding will ich mich doch nicht verarscht, oder? ey, wie mich das schon wieder ankotzt hier, Junge oh, ey war das nicht hierdurch im Diktatunnel? ja, das war doch hierdurch, oder? ich mein schon ich mach mal eben einen Schutz ich mein, ich hatte einen ah, egal, scheiß drauf gibt's doch nur Diktas hier kann es sein, dass Tentachas-Initiative im Arsch ist? so, das hol ich jetzt noch eben dann werde ich die Aufnahme aber ohne Blitz geh ich in den Fels und nicht rein das hatte ich schon mal gemacht und ich bin erst nach 50 Minuten oder so rausgekommen bei Puma Blau ging's ja ganz gut, meine ich aber, naja, so will ich nicht hier so, hier war das glaube ich oder? nein, das war hier nicht warte, hier war das doch, oder? oh, jetzt darf ich noch drei Pokémon fangen, damit ich Blitz kriege das mach ich jetzt aber eben von den Typen kriegen wir nicht gleich Blitz dann hat der Part hier eben drei Minuten über Länge ist mir jetzt auch egal oh, taub sie, du knastkind Junge ey, ich kann das nicht schwächen müsste was ich pausieren, müsste ich drei Pokémon gefangen ok, ich hab eben drei Pokémon gefangen ein Raupi, ein Hornlio und ein, ähm, das fang gerade Taupsi ok, wir erhalten vor allem fünf Blitz das bringt gleich mal eben Knopfenser bei das kannst du nämlich so gegen Wachstum ok ich gehe dann eben zurück und lege dann eben Taupsi und alle ab hier ist dann eben zurück durch die Diktahöhle und danach wäre nicht ein paar hat der Part dem fünf Minuten über Länge hoffen mal, das findet ihr nicht so schlimm mhm, 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 mhm nein, das war jetzt Spaß aber, wie gesagt, ähm ich und Luke nehmen gleich noch ein paar drauf ich bin froh, dass ich weiter wie er bin also wie er da Probleme bei der Arena hat naja, er macht doch Feuer und das war Wasser ich hab mich echt gewundert, wie schnell ich die Elektro-Arena geschafft habe also das erschien mir irgendwie, ähm, merkwürdig ganz ehrlich das war echt unglaubwürdig unglaubwürdig oh, scheiß, ausweglos, ey oh, ja, ich besiege dich doch gleich die Mokotip eigentlich 200 immer oh, endlich draußen geil, ey so okay, ich würde sagen, ich bände dann jetzt aber ich würde jetzt eigentlich noch gerne zu dem Pokémon Center, ähm am Fels-Tunnel gehen, weil sonst weiß ich später nicht mehr, wo ich hinwollte das war eben schnell 15 Minuten habe ich noch nicht, ach, 20 Minuten habe ich noch nicht voll so, nee okay okay Tentara ist so vorne oder, nee so ich glaube, ich trainiere dann Tentara eh, ist erstmal bis Level 30 und dann die anderen weil Tentaxa hammerstark und so wie man weiß so, hier gehe ich dann neben dem Funkkonzentrum äh, legen noch den Taubsee ab oh, geh weg da, du Intersack ablegen taubt sie okay, hier bin ich jetzt im Part wir sehen uns dann gleich wieder oder morgen halt, bis dann, tschüss